so meine liebe freunde und freundinnen ich habe eben meine runde des tages gezogen nachträglich und diese runden sind offala und jira beide kamen zusammen raus und so wie ich das interpretiere so wie ich denke dass es dass das was das bedeutet ist ich war heute fokussiert auf alle und als result also als ergebnis dieses fokussierten arbeitens ist jeder die runde der ernte und das heißt also ich habe die früchte meine arbeit geerntet heute ich stehe in der firma in der niederlassung und kann jetzt gemütlich ein bischen auch weil ich war fleißig ich habe das geschafft was ich schaffen sollte jetzt kann man sich mich belohnen und bierchen sind spielrituelle carbs und die zählen nicht zu den normalen kraft hat nur spaß danke fürs zusehen danke fürs zuhören und bis zum nächsten video